Ich freue mich auch sehr, dass so viele Nicht-Muslime erschienen sind. Alhamdulillah. Das Thema von heute ist die Methoden der Interpretation des Korans. Wie interpretiert man den Koran? Warum fange ich dieses Thema an? Ich wollte als allererstes nochmal kurz erwähnen, für die Nicht-Muslime, die hier sind, eben wo ich mit dem Angriff angefangen habe, auf Arabisch, ich habe eben auf Arabisch angefangen, bestimmt für einige Leute etwas fremd, etwas unverständlich, das sind einige Versen aus dem Koran, wo der Allmächtige Gott beispielsweise sagt, O ihr, die ihr glaubt, fürchtet allein geziebene Furcht und sterbt nicht anders, denn als Gott ergebene. Und so weiter und dann noch einige andere Versen, nur damit man sich nicht wundert. Ich habe damit eröffnet, weil der Prophet Mohammed Sassam immer mit diesen Versen seine Reden eröffnet hat. Und nach dieser Tradition fangen wir genauso an, wie der Prophet Sassam es auch gemacht hat. Wie interpretiert man den Koran? Als allererstes, warum ist dieses Thema wichtig für uns? Für uns als Muslime, wir haben dieses Buch, den Koran, und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran auch, Das heißt, er ist derjenige, der dieses Buch herabgesandt hat. Darin sind ganz deutliche Verse. Und darin sind Verse, die mehrdeutig sind. Und diejenigen, die eine Krankheit im Herzen haben, die nehmen sich die mehrdeutigen Verse, um sie zu deuten, aber niemand kennt seine Deutung außer Allah. Ibn Abbas radiallahu anhu sagt, Das ist ein Gefährte des Propheten Mohammed Sassalam und gleichzeitig verwandt mit dem Propheten Mohammed, sagt, dass es im Koran Verse gibt. Ruhe! Kein Problem. Ibn Abbas radiallahu anhu, einer der großen Gefährten des Propheten Mohammed Sassalam. Wenn ich sage, Gefährte des Propheten Mohammed Sassalam, dann ist das ungefähr so zu verstehen für die Nichtmuslime hier, wie beispielsweise die Jünger von Jesus. Also jemand, der mit ihm zusammen war. Er war derjenige, über den der Prophet Sassalam auch berichtet hat, dass er derjenige ist, der für die Interpretation des Koran sehr geeignet ist. Und der Prophet Sassalam machte auch eine Dua, das heißt ein Bittgebet für ihn. Er sagte, dass im Koran aus vier Arten von Versen besteht. Erste Art, das sind Verse, die für jeden deutlich zu verstehen sind. Ohne Wenn und Aber. Und diese ist eigentlich die Grundlage des Islam. Das heißt, das, was grundlegend wichtig für dich ist. Was ist der Sinn deines Lebens? Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Wer ist dein Gott? Welche Eigenschaften hat Gott? Was ist verboten? Was ist erlaubt? Im Prinzip, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst keinen Ehebruch begehen. Diese ganzen Dinge sind ganz deutlich. Andere Verse, um diese richtig zu verstehen, muss man zu den Leuten von Alul Lurah, das heißt von den Leuten, die tiefes Verständnis in der Sprache haben gehen. Andere Verse sind für die Rasikhun fil-ilm. Rasikhun fil-ilm heißt diejenigen, die festes Wissen haben von der Religion. Und der letzte Verse, das sind die, wo nur Allah die Bedeutung weiß. Das ist, was Ibn Abbas radiallahu anhu gesagt hat. Und die einen Verse, aber wie gesagt, die Grundlage der Religion ist für jeden verständlich. Und deswegen würde ich auch jedem empfehlen, einfach mal den Koran zu lesen. Das ist sicherlich, gerade als Muslim würde ich sagen, Tipp sehr wichtig. Weil viele Leute gehen leider nur nach dem, was habe ich gehört, was haben meine Eltern praktiziert. und vieles davon ist sehr weit entfernt von dem, was wirklich den Islam ausmacht. Denn der Islam besteht aus zwei Quellen, Koran und Sunnah. Nicht, was hat mein Opa gesagt oder meine Oma gesagt, weil die meisten Probleme, die wir als Muslime heute haben, sind unislamische Traditionen. Wie zum Beispiel Zwangsheirat, die wir sehen, wie zum Beispiel Ehrenmord, obwohl das auch aufgebauscht ist. Es ist einmal passiert, wird direkt so getan, als wenn jeden zweiten Tag irgendjemand erschossen wird. Aber trotz alledem, trotz alledem, unislamische Tradition, beispielsweise, die ganzen Probleme, die wir haben, beruhen auf diesen unislamischen Traditionen. Schau dir an, was steht im Koran. Wenn ich dir ein Buch geben würde, ein Buch, wo ich sage, dieses Buch, wenn du das liest, du kannst in einem Monat 10.000 Euro verdienen. Dann wird dir, was, 10.000 Euro? Der hat das an einem Tag durchgelesen. Wie kann es sein, dass ich sage, dieses Buch, dieses Buch hier steht drin, wie du was bekommst, wie du das Paradies bekommst, das ewige Leben, das beste Leben, ohne Not, ohne Leid, ohne Altern, ohne Krankheit, nur Glücksgefühle, nur Freundschaften, nur Liebe, nicht für einen Tag, nicht für zwei Tage, für alle Ewigkeit und Schutz für Dölle. Was ist, wenn ich dir sage, das ist der Schlüssel dazu. Hier steht drin, wie du dies bekommst und jeder hier wird sterben. Jeder, der hier sitzt, wird sterben. Alhamdulillah, was Allah bestimmt hat. Deswegen, vielleicht bist du morgen dran, beschäftige dich damit, geh einen Schritt auf Allah zu. Der Prophet Muhammad, s.a.w. sagt, Wer Allah, wer dem Allmächtigen Gott eine Handfläche entgegen geht, dem kommt er eine Elle entgegen und wer ihm eine Elle entgegen geht, dem kommt er eine Armlänge entgegen und wer ihm eine Armlänge entgegen geht, dem kommt er zwei Armlänge entgegen und wer ihm entgegen geht, dem kommt er entgegengelaufen. Also was hast du getan? Geh einen Schritt nach vorne, beschäftige dich damit. Und übrigens bin ich, ich derjenige, der das sagt. Der Prophet Muhammad, s.a.w. sagt das. Er hat mit Null angefangen, innerhalb von 23 Jahren 100.000 Ein-Anhänger. In Hajjatul Wada'a, wo 100.000 Leute mitgemacht haben. Was sagt er dort? Inni taraktu feikum, ma intamasektum bihi lantadilu abada. Ich habe bei euch etwas hinterlassen, wenn ihr daran festhaltet, werdet ihr niemals in die Irre gehen. Was ist das Irre gehen? Das ist Hölle. Das ist der Irrweg. Was ist das, woran ihr festhalten müsst? Kitab Allahi wa Sunnati. Das Buch Allahs und meine Sunnah. Das Buch Allahs und meine Sunnah. Das für die Muslime, sich damit beschäftigen. Du wirst nicht alles verstehen, aber du wirst viel mitbekommen. Und wenn du Allah darum bittest, dir Verständnis zu geben, du wirst viel verstehen. Für die Nicht-Muslime, natürlich auch als Tipp, es kann mit Sicherheit nicht schaden, sich mit diesem Buch zu beschäftigen. Also ein Buch, das auf der ganzen Welt vielleicht das meistgelesenste Buch ist. Denn wir Muslime lesen jeden Tag im Gebet den Koran, beispielsweise. Jetzt, okay, sagen wir, wie wird der Koran interpretiert? Wie können wir das richtige Verständnis gewährleisten? Ibn Kafir, Ibn Kafir, das ist einer der großen Koraninterprete, großen Mufessirun. Mufessirun heißt jemand, der den Koran erklärt, jemand, der Tafsir macht. Tafsir bedeutet, kommt von Fassiru Tafsiru, bedeutet etwas klar, deutlich machen, etwas erklären in dem Sinne, ja, und verständlich machen. Er erklärt die Methode, wie man bei einem Tafsir vorgeht. Und er bringt verschiedene Punkte an, zeigt uns verschiedene Punkte, wie man vorgehen muss. Für uns Muslime ist dies auch sehr wichtig, als erstes, um zu sehen, wer Quatsch erzählt über den Koran. Das kann man danach, wenn man diese Methode kennt, wie es sein muss, kann man sehr schnell feststellen, was falsch ist. Und für die Nichtmuslime ist es auch sehr wichtig, um vielleicht selber, wenn man sich in der Religion vertiefen will, ein tiefgründiges Verständnis zu bekommen. Und auch, weil man denkt sich manchmal, ja, guck mal, der eine erzählt dies, der andere erzählt das. Und daher kann man schnell verstehen, weil der Koran hat einen Maßstab, woran man schnell erkennen kann, wer Quatsch erzählt und wer die Wahrheit sagt. Der erste Schritt, den Ibn Kathir erwähnt, ist eigentlich, dass man anfängt, den Koran mit dem Koran zu erklären. Er geht davon aus, man erklärt den Koran mit dem Koran. Aber das ist eigentlich nicht das Einzige, sondern was wir auch wissen müssen ist, dass ein sehr wichtiger Schlüssel zum richtigen Verständnis des Korans der Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, ist. Unser Glaubensbezeugnis besteht aus zwei Schahada, aus zwei Bezeugungen. Wir bezeugen, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Aus Allah, sagen auch die Christen in den arabischen Ländern, deswegen sage ich ab jetzt Gott, damit das nicht bei den Leuten so ein Bild, also, damit sich nicht so ein Bild einprägt. Weil viele Leute haben so das Gefühl, Allah ist so ein arabischer Gott mit Turban und so weiter. Das ist er definitiv nicht. Wir glauben an einen absolut einzigartigen Gott, der nicht zu niemandem zu vergleichen ist. Und die zweite Bezeugung ist, dass wir bezeugen, dass Mohammed der Diener und Gesandte Gottes ist. Und dieses eng miteinander verbunden. Deswegen, wir gehen immer bei unserem Verständnis vom Koran zu dem zurück, was hat der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, zu diesem speziellen Vers erklärt. Wir fragen uns, warum ist das so? Hätte es nicht sein können, dass Gott den Koran so offenbart, dass für jeden alles klar und deutlich verstanden ist? Ja. Aber Gott hat es gewollt, dass wir in unserer Interpretation zurückgehen, zu dem Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam. Und dies wird nicht von uns, dieses gilt nicht nur für uns, sondern dies galt schon zu den Sahabern, den Gefährten des Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, zur Zeit, als der Prophet noch gelebt hat. Es gibt zum Beispiel einen Vers, in Surah 8, Vers 82, dort steht, allazina amen, walam yelbisu imanahum bi'wulm, ulai ka lehumul aman, wahum muhtadun. Diejenigen, die glauben, und ihren Glauben nicht mit Wulm, Wulm bedeutet auf Arabisch Ungerechtigkeit, bekleiden. Yelbessuna heißt bekleiden. Und diese sind es, die in Sicherheit sind, diese sind die Rechtgeleitete. Daraufhin, das hat einige Gefährten, das war für sie eine schockierende Aussage, dann bin ich erst rechtgeleitert, nur wenn ich keinen einzigen Willen mache, weil wir wissen, dass der Mensch Fehler macht. Und Allah hat es auch absichtlich gewollt, Gott hat es absichtlich gewollt, dass wir Fehler machen. Warum? Weil hier manifestiert sich seine Vergebung. Dass du zurückkehrst, reuig zum Allmächtigen, Allvergebenen, barmherzigen Gott zurückkehrst und ihm um Vergebung bittest. Das heißt, du hast einen Fehler gemacht, wir machen Fehler, jeder Mensch macht Fehler. Alhamdulillah. Und da hat er gefragt, was ist das Wulm? Was ist hier mit Wulm gemeint? Ungerechtigkeit. Heißt das jetzt, sind wir verloren bei der kleinsten Sünde? Daraufhin meinte der Prophet, du musst zu einer anderen Sur im Koran gehen, wo Luqman, ein weiser Mann, zu seinem Sohn sagt, in der Schirke, 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 die Götterbeigesellung. Das, was jetzt ein Christ von dem ersten Gebot, Exodus 20, Vers 2 kennen würde. Ja, dass du jemand anders als Partner neben Gott stellst. Und dies ist die Sünde, die Allah sagt im Koran, wo der Allmächtige Gott im Koran sagt, die niemals vergeben wird. Das heißt, wenn jemand mit der Sünde stirbt, nicht wenn jemand die Sünde gemacht hat und dann umvergeben wird, sondern wenn jemand in diesem Zustand des Schirke, der Götterbeigesellung, stirbt. Wahrheitlich, die Götterbeigesellung ist eine gewaltige Ungerechtigkeit. Das heißt, Gott hat dies gewollt, dass wir zu den Propheten zurückkehren, um ein tiefgründiges Verständnis von dem Koran zu bekommen. Aber wie schon gesagt, die eigentlichen Verse, der Kern der Religion ist für jeden verständlicher. Nur für uns ist dies, damit jeder weiß, dass er nicht unabhängig ist von dem Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam. Und hier muss man sagen, kann man mich gerne kritisieren, aber ich kann die Verse auch zeigen, dass man heute zum Beispiel auch viele christliche Sekten sieht, die beide denselben Vers nehmen und wo jeder etwas anderes versteht. Ja? Wenn du jetzt zurückgehen würdest zu Esa alaihi wa sallam, das heißt, Jesus, der Christus, würde ich ihn fragen, was ist mit diesem Vers genau gemeint? Er würde vielleicht was ganz anderes erzählen. Zum Beispiel in Offenbarung, ich glaube, 10 Vers 14 oder 14, da wird gesagt, dass 144.000 in das Himmelreich kommen. Die einen sagen, das ist nur eine grobe Zahl, Zeugen Jehovas sagen, das ist genauso gemeint, diese Zahl. Ja, woher kriegst du jetzt raus, was die richtige Zahl ist? Auf jeden Fall, eigentlich müssen wir anfangen, den Koran mit Koran zu erklären. Wie erklärt sich der Koran mit Koran? Der Koran, muss man als allererstes erwähnen, ist kein Buch, was auf einmal herabgesandt wurde. Allah hat gewollt, dass zu verschiedenen Ereignissen, das nennt sich As-Babu-Nuzul, verschiedene Offenbarungen herabgekommen sind. Warum? Warum hat er nicht einfach das Buch direkt herabgesandt? Das hat einige Gründe. Als erstes, der Koran ist ein Buch, was auswendig gelernt wird. Vom ersten Tag an wurde es auswendig gelernt. Wir finden heute Millionen von Menschen auf der Welt, die den Koran auswendig können. Wahrscheinlich hier in der Moschee sogar einige. Es wurde von vorne auswendig gelernt. Und dass es in Stücken herabgesandt wird, Stück für Stück, ist eine Hilfe bei dem auswendig lernen. Dann die zweite Sache. Für den Propheten Mohammed waren diese Offenbarungen schwere Ereignisse. Allah sagt im Koran, Wenn wir diesen Koran auf einen Berg herabgesandt hätten, dann hättest du ihn aus Furcht vor Allah demütig werden sehen und sich spalten sehen. Das war eine schwere Erfahrung. Dann als drittes um das Herz des Propheten Sallallahu alaihi wa sallam zu festigen und als viertes um die Gesetze stufenweise zu etablieren. Das dazu. Jetzt muss man wissen, im Koran ist es auch nicht so wie eine chronologische Geschichte. Das heißt, du schlägst auf, der Koran fängt an mit am Anfang war das Wort und das Wort und so weiter und so fort oder am Anfang war das Wasser, das Wasser schwebt und so weiter. Sondern der Koran fängt an mit verschiedenen Themen und springt von verschiedenen Themen. Der Sinn der Sache ist, dass dies auch zum Nachdenken anregt. Für einige Leute vielleicht etwas schwer verständlich, gerade wenn man diesen literarischen Stil nicht gewohnt ist und der ist auch einzigartig und man sieht zum Beispiel die erste Sura, man sieht auch in der ersten Sura, das heißt das erste Kapitel des Korans, dass in den Personen gesprungen wird. Allah spricht zum Beispiel manchmal in der ersten Person Plural. Wir. Wir haben erschaffen, wir haben bestimmt, wir haben dies zum Gesetz gemacht. Für viele Leute schwer verständlich, wie wir, was ist damit gemeint? Ist damit der Prophet Muhammad gemeint und die Engel? Nein. Damit ist gemeint, Allah spricht in der Wir-Form, in den semitischen Sprachen. Übrigens auch im Hebräischen. Ist es üblich, dass zum Beispiel diese Majestätsform damit untermauert wird. Wie zum Beispiel ein König, der sagt beispielsweise, oder der Bürgermeister, der sagt, wir haben beschlossen, die Straße oder die Autobahn zu bauen. Damit meint er aber nicht wir, damit meint er sich selber. Oder ein König, wir haben beschlossen, das Land zu erobern. Damit meint er sich selber, aber er redet in der Wir-Form. Für Leute, die den Koran lesen wollen, damit dieses Missverständnis schon mal rausgeht. Jetzt, wie erklärt sich der Koran mit Koran? In einigen Stellen ist es beispielsweise, dass die Erklärung für den speziellen Vers direkt danach kommt. Direkt im selben Vers. Zum Beispiel haben wir die Sure At-Tariq. Da finden wir zum Beispiel, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, was samai wa tariq beim Himmel und bei dem Tarik. Was ist Tarik? Taraka dann sagt er erst mal, was lässt dich wissen, was der Tarik der Pochende ist? Und dann sagt er, ein Najm und Fakib, das ist ein durchborender, heller Stern. Beispielsweise. So erklärt der Koran den Koran. Aber in anderen Versen kann es beispielsweise sein, dass es in derselben Sure kommt, aber wesentlich später. Und in anderen Versen kann es beispielsweise sein, dass es an einer ganz anderen Stelle im Koran spezifiziert wird oder genauer erklärt wird. Zum Beispiel sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Sure 6, Vers 103 Ihn erfassen nicht die Blicke, aber er erfasst die Blicke. Das heißt, du kannst sie nicht sehen. Jetzt sagt er in Surat al-Qiyama wujuhu yawme idin nadira illa rabbihah nadira Gesichte werden an jenem Tag welcher Tag ist damit gemeint? Der jüngste Tag an jenem Tag leuchten, strahlend sein. Warum? illa rabbihah nadira und zu ihrem Herrn schauen. Das heißt, am jüngsten Tag wirst du Gott, diejenigen, die gläubig gewesen sind, werden ihn sehen können. im Jenseits, aber im Diesseits leh tu drikul abzad, wahuhu yu drikul abzad. Ihn erfasst nicht die Blicke, aber er erfasst die Blicke. So erklärt sich der Koran mit dem Koran. Die nächste Erklärung und das ist die Erklärung, auf die wir immer angewiesen sind. Normalerweise, wie gesagt, sagt man erst Koran mit Koran, dann Koran mit Sunnah, dann die Erklärung der Sahaba beziehungsweise das, was verdeutlicht wird durch die Gründe der Herabsendung als viertes mit der arabischen Sprache. Aber eigentlich muss man sagen, selbst wenn wir etwas haben, wo Koran sich mit Koran erklärt, sollten wir trotzdem gucken, ist dieses Verständnis richtig in der Sunnah. Vielleicht haben wir doch irgendwie etwas falsch verstanden von Dingen, die nicht ganz so deutlich sind. Beispielsweise, in diesem Vers wird es nochmal von der Sunnah ganz deutlich gemacht. Der Prophet Sassim sagt, dass man Gott am jüngsten Tag sehen kann, so wie man den Mond sieht, an einer Nacht, wo keine Wolken haben. Das heißt nicht, dass Gott aussieht wie ein Mond, natürlich nicht. Das heißt, dass du ihn auf jeden Fall sehen wirst. Er betont das damit mit dieser und deswegen gibt er das Beispiel, weil ein Mond, den Vollmond, an einer Nacht, wo keine Wolken am Himmel sind, kann man sehen. Klar. So und das heißt, du wirst auch Gott ganz deutlich sehen können. Das heißt natürlich nicht, dass er aussieht wie der Mond. A'udhu Billah. Denn Allah sagt im Koran an anderer Stelle, لَيْسَ كَمِثْلِي شَيْ وَهُوَ سَمِيُ الْبَسِيرُ Nichts ist im Gleichen, er ist der Allhörende, der Allsehende. Jetzt, Erklärung mit der Sunnah. Also wir müssen immer zu der Sunnah zurückkehren. Was heißt die Sunnah erstmal? Weil ich habe oft halt diese Fachbegriffe dann, sage ich mal, im Kopf und vielleicht ein Nicht-Muslim oder ein neuer Muslim oder jemand, der sich, also neu im Islam ist, der kennt die Begriffe noch nicht. Sunnah heißt im Prinzip das, was der Prophet gesagt hat, das, was er getan hat und das, was er mit seinem, was er bestätigt hat. Beispielsweise gesagt, er hat eine Aussage gemacht, tue dies nicht, tue dies. Oder eine Tat, er hat auf die und die Art gebetet, er hat sich auf die und die Art gewaschen und so weiter. Denn im Islam, es wird jedes kleine Detail von dem Leben des Propheten wurde für uns bewahrt. wie er gegessen hat, wie er getrunken hat, wie er geschlafen hat. Denn er ist der Prophet, der, dem man bis zum letzten Tag folgen soll und deswegen ist seine ganze Sunnah aufgezählt worden, aufgeschrieben worden. Dann die nächste Sache, da, Taktdian nennt sich, also wo er zustimmt, ist zum Beispiel, er sieht zwei Menschen etwas machen und er verbietet es ihnen nicht. Was heißt das? Das heißt, das ist erlaubt. Weil ansonsten hätte er einschreiten müssen, hätte sagen müssen, dies und dies und dies, das darfst du so nicht tun. Jetzt, wie kommen wir darauf, wie kommen wir darauf, dass es im Islam Pflicht ist, den Koran mit der Sunnah zu erklären? Wie kommen wir darauf? Wir brauchen Beweise dafür. Weil Allah dies im Koran sagt. In Surah 16, Vers 44, sagt er, wir haben zu dir den Koran herabgesandt, die Vikr, die Ermahnung, der Koran damit gemeint, damit du den Menschen klar machst, was zu ihnen herabgesandt worden ist. Wir wissen als Muslime, es ist sehr wichtig, auch wie wir Gott dienen, es kommt nicht nur auf eine gute Absicht an, wir sehen auch im Alten Testament, wenn das klare Befehle gegeben werden, wie du eine bestimmte Tat zu tun hast, wie du ein bestimmtes, ein bestimmtes Schaf zu schlachten hast. Das sieht man im Alten Testament. Aaron, der hohe Priester, soll den Bock nehmen und soll sich zwei Böcke nehmen. Dem einen soll das Blut über den Altar gießen, das anderen soll er laufen lassen, soll etwas von dem Blut auf den Kopf machen und er nimmt dann die ganzen Sünden mit, beispielsweise. Viele, genaue Details. Und deswegen, wenn wir Gott dienen, müssen wir je nach dem Schema des Propheten Mohammeds aus dem Dien. Gute Absicht ist notwendig, aber das Folgen der Sunna ist im Islam auch notwendig. Denn man kann nicht Gott dienen, wie man will, denn dann haben wir Chaos. Dann sagt der eine, ich strebe mich im Kreis, mache einen Kopfstand und mache einen dreifachen Salto oder der andere geht in die Disco und legt auf und macht da einen auf DJ. Dann sagt er, ich habe Gott gedient, ich habe Islam-Rap gemacht. Das ist nicht das Schema vom Propheten und das ist keine gute Tat, sondern die gute Tat der Prophet, hat das alles gezeigt. Sallallahu alayhi wa sallam bedeutet uns Frieden und Segen auf ihm. Das ist etwas, was wir immer sagen, wenn wir den Namen des Propheten Sallallahu alayhi wa sallam erwähnen. Jetzt, Erklärung der Sunna, sehen wir tausendfach im Koran. Beispielsweise wie wir beten. Im Koran steht, Akrim Musala, stehe auf zum Gebet. Wie stehen wir jetzt auf zum Gebet? Wie machen wir das denn jetzt genau? Stellen wir uns das so hin, als später heute. Oder so. Nein, es wird genau im Koran erwähnt oder in der Sunna vielmehr, wird erwähnt, wie du stehst im Gebet. Demütig, schaust auf den Boden, vor dem allmächlichen Gott. Steht im Koran, werfe dich nieder im Gebet. Wie werfst du dich nieder? Machst du so einen Sprung nach vorne? Verbeuge dich. Könnte jemand so machen. Verbeugt sich. Das ist aber nicht damit gemeint, sondern es ist damit so gemeint, wie der Prophet Sallallahu alayhi wa sallam gezeigt hat. Mach haj, mach die Pilgerfahrt. Steht im Koran, wa lillahi ala nasi hijjul bayti, men istata'a ilai sabila, wa man kafara, fa inna Allah ghaniyun al-alamin. Das heißt, und den Menschen obliegt es für Gott, die Pilgerfahrt zum Haus zu machen, wer es kann. Und wer ungläubig ist, so ist Allah, ghaniyun al-alamin, also reich gegenüber den Welten, also ist der Welt nicht bedürftig. Wie machst du haj? Es gibt genaue Anweisungen, an dem und dem Tag schießt. In Arafah, das Arafah ist ein Berg außerhalb von Mekka, ein Ort. So und so viele Steine hörst du, so und so viel Runden drehst du um die Kabe. Das steht nicht im Koran, das steht in der Sunna. Und es ist für jeden Muslim Pflicht, dies genau zu befolgen. Das als Beispiel. Dann der dritte Grund, der, der dritte Weg, den Koran zu erklären, ist durch die Aussagen der Gefährten, beziehungsweise das Verständnis der Gefährten. Und das ist eng verbunden mit den Gründen für die Herabsendung. Oder auch wie sie danach reagiert haben. Beispielsweise, Sberbu Nusul habe ich eben schon gesagt. Beispielsweise, man muss das allererst mal sagen, wie ist der Koran herabgesandt worden. Ich habe eben gesagt, der Koran ist immer in Stücke herabgesandt worden. Das wird vielleicht einige Leute Probleme machen. Die sagen, ja warte mal, aber Allah sagt doch im Koran, Wir haben den Koran in Leilatul Qadr herabgesandt. Hä? Was ist denn jetzt los? Leilatul Qadr, und auf anderer Seite ist immer stufweise. Das heißt, in Leilatul Qadr ist der Koran an eine untere Stufe des Himmels gekommen. Und von dort aus, immer Stück für Stück, kamen die verschiedenen Portionen, verschiedenen Versen des Koran herab. Der Prophet hatte mehrere Schreiber, 70 bis 80 Schreiber. Die Leute haben das sofort auswendig gelernt. Er hat ihnen genau gesagt, an welcher Stelle dieser Vers dann nachher stehen muss. Im Ramadan, im neunten Monat des islamischen Kalenders, kam Jibril, hat ihm dann auch nochmal die ganze Sache überprüft, sodass der Koran heute so ist, wie er sein soll, Punkt für Punkt. Alhamdulillah. Beispielsweise, und das habe ich eben, habe ich mich da wohl einmal versprochen. Ich habe gesagt, der Koran wurde wie gesagt nicht chronologisch herabgesandt, sondern immer zu einem, er wurde herabgesandt in Leil Qadr, zum untersten Himmel, dann von dort aus, je nach Ereignis, Allah hat schon vorher gewusst, was passieren wird, kam eine bestimmte Offenbarung, wurde dem Propheten Mohammed eine bestimmte Offenbarung offenbart. Beispielsweise im Koran sieht man das sehr oft, sehr oft, dass gefragt wird und sie fragen dich nach. Und sie fragen dich nach dem Alkohol. Sprich, sie fragen dich in dem Alkohol nutzen und schaden, aber der Schaden ist größer. Sie fragen dich nach den Monaten. Sprich, das und das und das. Sie fragen dich nach. Sie fragen dich nach. Oder, es ist etwas passiert, beispielsweise, jemand behauptet, dass die Frau des Propheten Aisha radiallahu anha Unzucht begangen hätte. Nach einiger Zeit kommt die Offenbarung auf den Propheten Mohammed dass diejenigen, die das erzählt haben, einen großen Schwindel begangen haben. Oder, beispielsweise, es kommen Leute, eine Gesellschaft von Missionaren aus Najran, christlichen Missionaren und fragen den Propheten nach bestimmten Dingen über Jesus und es wird offenbart. Das ist ein Surat Al-Ma'ida. Oder, beispielsweise, es wurden ihm Fragen gestellt. Wer ist Ashab Al-Kahf? Wer ist Al-Karnein? Wer ist Al-Khidr? Und er hat diese Geschichte dann, es wurde ihm dann später offenbart. Um zu beweisen, dass er ein Prophet ist. Sallallahu alayhi wa sallam. Beispielsweise. Wie gesagt, viele dieser Verse sind auf diese Art und Weise offenbart worden, dass Fragen gestellt worden sind. Manchmal ist ein Vers auch zu mehreren Ereignissen herabgesandt worden. Beispielsweise ein Vers, das wird vielleicht einige Leute ein bisschen schockieren, da ist in Surah 9, Vers 113. Da sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Wann wurde dies offenbart, dieser Vers? Der Prophet Muhammad sah selten, hat einen Onkel und dies finden wir übrigens im sechsten Buch von Bukhari. Bukhari ist die Sunnah-Sammlung. Er hatte einen Onkel, der Abu Talib hieß. Abu Talib hat schon ihn gekümmert, als er jung gewesen ist. Und Abu Talib hat ihn auch beschützt vor den Götzen, die dann in Mekka als sie ihn umbringen wollten und so weiter. Als Abu Talib im Sterben lag und Abu Talib wusste, dass der Prophet Muhammad, dass er ein wahrhaftiger Prophet ist. Er wusste dies. Aber, als der Prophet Muhammad ihn dazu aufrief, sage, la ilah ilallah, sage, niemand hat das Recht, angebeten zu werden außer Allah. Bezeuge es. Hat er dies nicht bezeugt, obwohl er es wusste. Warum? Aus falschem Stolz. Weil, andere Verwandte standen im Bett und haben gesagt, was willst du die Religion von deinen Vorvätern verlassen? Willst du die Religion von Abdul Muttalib, seinem Vater, willst du die verlassen? Und dadurch hat Abu Talib diese, ist er nicht zum Islam übergetreten. Und der Prophet, s.a.w. Er sagte dann, ich werde für ihn um Vergebung bitten. Ich werde für ihn um Vergebung bitten. So, daraufhin, als der Prophet dies gesagt hat, offenbarte Allah, subhanahu wa ta'ala, den Vers. Wir suchen 9 Vers 113. Er sagte zu ihm, wie ich schon eben gesagt habe, ja, nochmal auf Arabisch, wa makana li nabihi waladhina amen, ay yastaghfiru lil mushrikina, walau kanu ulil kurba, mim baadima tabayyena lahum, ennahum ashabul jahim, wie ich eben schon gesagt habe. Es geziemt sich nicht, heißt das, für den Propheten und für die Gläubigen, für die Götzendiener, um Vergebung zu bitten, nachdem ihnen klar geworden ist, dass sie zu den Gefährten der Hölle gehören. Das heißt, hiermit wurde klar gemacht, dass Abu Talib in die Hölle geht. Und der Prophet, s.a.w. sagt, dass er die geringste Strafe in der Hölle bekommt, dass er Schuhe bekommen wird aus Feuer, sodass sein Gehirn anfängt zu kochen. Subhanallah. Und dieser Vers wurde noch an einer anderen Stelle offenbart. Jetzt kriegen alle den Schock, aber tut mir leid, die Wahrheit ist manchmal schwer zu verkraften. Allerdings muss ich die Rewiret nochmal, es wird gesagt, der Prophet, s.a.w. sollte zum Grab seiner Mutter gehen. Zum Grab seiner Mutter. Und wollte um Vergebung bitten. Und er hat geweint, seine Mutter ist gestorben, als er noch jung gewesen ist, hat geweint und er sagte, Allah hat mir erlaubt, dass ich das Grab besuche, aber er hat mir nicht erlaubt, für sie um Vergebung zu bitten. Und der Vers kam er ab. Das heißt, der Prophet, s.a.w. durfte noch nicht mal für seine Mutter um Vergebung bitten. Und das soll uns etwas zeigen, Brüder und Schwestern. Der Islam ist kein Wunschkonzert. Und ich bin auch nicht hingekommen, irgendjemand einem vom Pferd zu erzählen und rumzuschmeicheln. Sondern Islam ist die Wahrheit. Der Prophet hat geweint. Aber das ist die Wahrheit. Der Prophet, s.a.w. kann seiner eigenen Mutter nicht helfen, kann seinem eigenen Onkel nicht helfen. Deswegen, der, der dir helfen kann, Achi, Uhti, Brüder und Schwestern, Gäste, der Einzige, der einem helfen kann, ist der allmächtige Gott. Deswegen bete zum allmächtigen Gott, dass der allmächtige Gott einem hilft. Alhamdulillah. Und eines auf den richtigen Weg führt, bis der Tod kommt. وَإِذَ بَلَغَتِي تَرَقِي وَقِيلَ مَنْ أَرَاقِ وَذَنَّ أَنْهُ الْفِرَاقِ Wenn der Tod kommt, subhanallah, da hat man keine Chance mehr. Deswegen, jetzt anfangen. Das nur dazu zu sehen, das heißt, dieser Vers wurde zweimal offenbart, wie einige Gelehrte sagen. Dann andere Sachen, andere Fragestellungen. Es gab, also wir haben gesehen, ein Vers wurde zu mehreren Ereignissen, wurde mehrmals offenbart. Ja? In diesem Fall zweimal. Andere Sache ist, jemand fragt etwas, es gibt ein Ereignis und es kommen mehrere Offenbarungen herab. Beispielsweise, Umm Salama, eine Frau des Propheten Mohammed, s.a.w., hat sich gewundert, weil im Koran steht immer, die Männer kriegen das im Paradies, und so weiter. Weil der Koran erwähnt meistens die männliche Form. Weil auch meistens der Prophet Mohammed direkt angesprochen wird. Er sagt beispielsweise, Kul, sprich. Das ist die männliche Befehlsform, ein imperfekt männlich, Kul. Weiblich würde heißen, Kuli. Sprich, Anti, sprich du, Kuli. Aber er sagt, Kul, auf Arabisch. Deswegen, meistens wird der Prophet Mohammed angesprochen, und sie hat sich gewundert, was ist denn mit uns im Paradies? Und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala offenbart, dass die Frauen halt im Paradies auch so einen großen Don zu bekommen haben, dass derjenige, der ins Paradies geht, egal ob Mann und Frau, dass Gott für ihn etwas vorbereitet hat, was er sich noch nicht mal vorstellen kann, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, noch was im Herzenswunsch eines Menschen vorstellbar war. Weil vielleicht ist das für einige Frauen, die denken sich, es wird von Paradies-Jungfrauen gesprochen und so weiter. Im Paradies, das sind Versprechungen, die stimmen, aber im Paradies wird jeder zufrieden sein. Im Paradies gibt es keine Eifersucht, kein Neid, kein Hass. Und, es gibt Frauen, die höher gestellt sind im Paradies als einige Männer. Khadija. Haben jetzt keine Paradies-Jungfrauen, aber Allah wird für sie etwas anderes geben, was für sie eine ausgezeichnete Belohnung ist. Was ist mit Mariam? Die beste Frau aller Frauen. Maria, die Mutter von Aysa. Bei uns im Islam, Maria ist die beste Frau aller Frauen. Das sagt Allah im Koran. Er sagt, Allah hat dich auserwählt und dich gereinigt und dich auserwählt unter den Frauen der Weltenbewohnern. Istafaki wa taharaki wa istafaki ala nisa il a'alamin. Auf Arabisch. Er hat dich auserwählt und dich gereinigt und dich auserwählt unter den Frauen der Weltenbewohnern. Dann kommt Khadija, dann kommt Fatima, dann kommt Asiyah, die Frau vom Pharao, die sich gegen diesen Tyrannen aufgelehnt hat. Alhamdulillah, deswegen, diese Frauen sind besser als wir im Paradies. Heißt nicht, dass sie jetzt mit dem Paradies, mit den sogenannten Huris bekommen, aber es wird etwas anderes geben. Alhamdulillah. Und wir können das nicht mit hier vergleichen, dass wir sagen, ja, wie, der kriegt dies, der kriegt. Dieses Gefühl wird weg sein, du wirst ins Paradies kommen, du wirst nur glücklich sein. Egal ob Mann oder Frau. Alhamdulillah. Das wie gesagt dazu. Dann, eine andere Sache, die vielleicht sehr wichtig ist, zum Beispiel, eine Suche, die auch zweimal offenbart worden ist, ist die abhängig ist. Der Absolute, er hat nicht gezeugt und wurde nicht erzeugt. Und nichts, niemand ist ihm ebenbürtig. Wann wurde das offenbart? Einmal in Mekka, für die Muschlikun und in Medina, in der Diskussion mit den Leuten der Schrift. Das heißt, Juden und Christen in diesem Fall. Eigentlich, der Bruder hat mich eben darauf aufmerksam gemacht, war das Thema, was eigentlich für die Halle gedacht war, war eigentlich, warum trägt die islamische Frau Kopf? Du hast mich darauf aufmerksam gemacht. Nur ich, da ich davon ausgegangen bin, dass der Vortag ausfällt und dass, wenn wir umziehen zu diesem Ort hier, dass dann nicht so viele Nichtmuslime kommen werden, aber Alhamdulillah, es sind einige gekommen, bin ich davon ausgegangen, da habe ich das Thema umgestellt und habe mich darauf vorbereitet. Aber ich werde etwas darauf eingehen, auf das Kopftuch jetzt im Sinne von Koran, weil wir hören beispielsweise heutzutage oft Leute, die sagen, das Kopftuch ist keine Pflicht im Islam. Das ist etwas, das wurde einfach offenbart und das kann man so und so verstehen. Wir wenden jetzt unser Thema an. Koran mit Koran, Koran mit Sunnah und Es-Berbu-Nusul und danach kommt noch oder ich verschiebe das nachher, falls ich es vergesse, erinnere mich noch mal, weil ich komme erst mal zu dem vierten Prinzip, was sehr wichtig ist. Das vierte Prinzip ist, die arabische Sprache. Denn mit der arabischen Sprache lässt sich viel erklären. Das heißt, jemand, der den Koran erklärt, der sollte die arabische Sprache auch perfekt beherrschen. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, einige Dinge sind natürlich ganz deutlich, die Grundlagen der Religion, aber trotzdem soll nicht jeder einfach reden. Ja, okay, ich verstehe dies, ich verstehe das, sondern wer sich wirklich damit richtig beschäftigt, sollte die arabische Sprache richtig lernen. Jetzt beispielsweise finden wir in der arabischen Sprache, dass es teilweise Änderungen gibt und wir müssen es natürlich so verstehen, wie es damals zu verstehen war. Beispielsweise, ich gebe ein Beispiel, finden wir im Koran den Vers, Allah schwört beim Himmel und das heißt, die Sternenkonstellation, die Sterne, die er geschaffen hat. Jetzt sagt, heutzutage Buruj in der arabischen Sprache heißt, hier Kreiszeichen, Horoskope. Und Horoskope sind im Islam streng verboten. Weil damit schreibst du jemanden anderen außer dem Allmächtigen Gott, das Wissen der Zukunft zu und das ist Schirk, das ist Götterbeigesellung. Deswegen, Horoskope sind streng verboten im Islam. Das heißt, wie kann Gott bei etwas schwören, was streng verboten ist? Beim Himmel und beim Banküberfall. Das ergibt keinen Sinn. Das heißt, heutzutage finden es doch einige, die haben das übersetzt, beim Himmel und bei den Tierkreiszeichen, Horoskope. Das ist verkehrt. Deswegen muss man immer dieses Kriterium auch beachten. Dann, wenn man diese Kriterien beachtet hat, dann kann man natürlich, sollte man den Koran anwenden. Das ist ein großes Problem heutzutage bei uns Muslimen. Weil der Koran ist leider zu etwas geworden, was nur Baraka bringen soll. Baraka ist Segen auf Arabisch. Das heißt, ich lese den Koran, der Prophet Mohammed Sassem hat gesagt, für jeden Koran, für jeden Buchstaben, den man im Koran liest, kriegt man zehn Hassanet, zehn gute Taten geschrieben. Und nicht Elif, Lam, Mim ist ein Hassanet, Hassanet, wieder gesagt, gute Tat, also zehn Hassanet, sondern Elif ist ein Hassanet, Elif heißt A, wie jetzt beispielsweise im griechischen Alpha, Mi, Elif, Lam, das heißt El, im Arabischen, ist ein Buchstabe, und Mim ist ein Buchstabe, und für alle diese Buchstaben, das zehn Hassanet, zehn gute Taten. So, und dann sagt er sich, okay, dann liest er den Koran ohne Verständnis und liest einfach. Wir sagen nicht, er soll jetzt aufhören zu lesen, aber wir sagen, das ist die falsche Herangehensweise. Weil viele der Gefährten, die haben zehn Verse einfach gelernt und haben angefangen, die zu praktizieren und haben dann erst weiter gemacht, ein großer Gefährte, ich habe schon gesagt, Gefährte wie Jünger bei Jesus, des Propheten, er hat 14 Jahre lang gebraucht, um Suratul Paqara, die hat 286 Verse, die größte Sure im Koran, die Sure die Kuh, auswendig zu lernen. Heutzutage lernte jeder schnell auswendig. 14 Jahre und dann hat er einen Kamel geschlachtet dafür, weil das ein großes Ereignis für ihn war. Warum? Weil er das praktiziert hat, aber heutzutage leider unter uns Muslimen findest du Leute, die sitzen in der Moschee, Kinder und das ist ein falsches Bildungssystem, falsches islamisches Bildungssystem und die lernen. Qul hu Allahu ahad Allahu samad lam yalit wa lam yulad wa lam yakul lahu kuf wan ahad Sie lernen es auswendig, was schön ist, dafür gibt es auch einen Lohn, aber sie wissen kein einziges Wort, was da drin steht. Das heißt, wir müssen es gleichzeitig übersetzen und erklären und verständlich machen, weil die Leute, die damals den Islam nach draußen getragen haben und ich gebe ein Beispiel der Islam, wie ist der nach Indonesien gekommen? Wie ist der nach Indonesien gekommen? Indonesien, jemenitische Händler sind vor dem Islam nach Indonesien als Händler gegangen, haben dort ihre Waren verkauft und gekauft und dann nach dem Islam sind sie zurück nach Indonesien. Indonesien ist heute das größte islamische Land. Indonesien ist heute das größte islamische Land. Und dadurch, dass die Indonesier gesehen haben, wie sich das Verhalten dieser Menschen verändert hat, die sind auf einmal ehrlich beim Handeln und so weiter und so fort. Wie kommt das? Wie ist das möglich? Und dadurch ist heute das größte islamische Land entstanden. 200 Millionen Muslime in Indonesien. Durch Händler! Was hat ihren Charakter verändert, dieser Händler? Der Koran! Weil sie den Koran verstanden haben. Aber wenn du einfach nur auswendig lernst, wie gesagt, es ist schön auswendig zu lernen, aber das ist nicht alles. Der Prophet hat gesagt, jeder Buchstabe zehn Hassanet, aber zu wem hat er das gesagt? Das hat er zu Arabern gesagt, die genau verstanden haben, was dort drin steht. Er hat nicht direkt, ich sage nicht, dass der jenige nicht den Lohn kriegt, aber bei ehrlich gesagt, er hat nicht direkt irgendjemand angesprochen, der gar nicht versteht, was da drin steht. Deswegen müssen wir uns mit den Übersetzungen und diese ist übrigens eine sehr schöne Übersetzung hier, befassen und lesen. Ich gebe euch ein Beispiel. Wir sehen heutzutage leider viele Muslime hier in diesem Land, die sich unislamisch verhalten, die in ihrem Handel betrügen. natürlich nicht alle, aber das gibt es. Schau dir mal die Gefängnisse an. Viele Leute sich Muslim nennen, die mit Islam nichts zu tun haben, aber das ist eine unheimlich schlechte Werbung für den Islam. Du kannst noch so viel erzählen. Nein, Islam ist eine gute Religion, schreibt dies und das und das vor und eine Religion, die Frieden vorbringt. Wenn er in die Schule geht, wird von türkischen Klassenkameran zusammengeschlagen, dann kannst du noch so viel erzählen, wie schön der Islam ist. Er wird das nicht akzeptieren. Dann hier zum Beispiel, was wäre, weil der Mensch hat gar nicht verstanden, was Islam ist. Der Koran ist für ihn ein Buch geworden, das nur herausgenommen wird, zu einigen Anlässen. Hochzeit wird Al-Fatihah gelesen, obwohl das eigentlich überhaupt nichts mit der Sunnah zu tun hat, weil der Prophet hat nicht Al-Fatihah gelesen bei der Hochzeit und dann wenn er stirbt, wenn er im Sterben liegt, dann kommen sie und lesen Surah al-Yassin. Subhanallah. Und der Koran ist nicht mehr ein Buch, was behandelt wird, was praktiziert wird, sondern ist ein Buch, was in die Ecke gestellt wird. Ich habe den Koran respektiert, ich stelle ihn an die höchste Stelle in meinem Zimmer. Das ist nicht praktizieren, das ist nicht respektieren des Korans. Respektieren des Korans ist, dass du das befolgst, was dort drinnen steht. Aber wie gesagt, heute sehen wir Korane, die sind schön geschrieben, goldene Schrift verziert und 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 wie war damals der Koran? Die haben auf Papyrus geschrieben, die haben auf Holz geschrieben, die haben auf Knochen geschrieben und das waren die die den Islam am besten verstanden haben. Heute ausgeschmückt, der Koran, schönes Band, ich sage nicht, aber was wird praktiziert? Gar nichts. Der Koran hat keine hohe Stellung im Herzen, sondern der Koran hat nur eine hohe Stellung im Zimmer. Das ist das Problem. Und übrigens zu dem Ausschmücken und Verzieren des Korans, Abu Darda, ein großer Gefährt des Propheten sagt, Wenn ihr die Moscheen ausschmückt und den Koran verziert, dann werdet ihr vernichtet werden. Und Alhamdulillah, du siehst es heute. Du siehst es heute hier in diesem Land. Ach, es wird sich gestritten mit dem Bürgermeister, mit allem drum und dran, ein Minarett zu bauen. Ein Minarett für 100.000 Euro. Ich frage dich ganz ehrlich, wofür brauchen wir Muslime ein Minarett? Erklär mir das bitte. Ein Minarett war dazu da gewesen, damit man hochgeht auf das Minarett und damit mehr Leute den Avan hören. Das ist der Nutzen eines Minarets gewesen. Erzähl mir mal, heute haben wir ein Mikrofon. Heute haben wir ein Mikrofon. Du brauchst kein Minarett und du kannst sowieso kein Avan draus machen, so brauchst ein Minarett. Das heißt, du gibst 100.000 Euro aus, aber wo sind die islamischen Schulen, wo den Kindern beigebracht wird? Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht klauen, du musst wissen, Allah sieht dich, du musst wissen, am jüngsten Tag was zur Verantwortung ist. Wo sind die islamischen Kindergärten, wo man darauf achtet, dass die Religion bewahrt wird, wo man darauf achtet, dass die Kinder von vornherein in islamische Zin nicht verstanden haben. Also dann streitet man sich um ein Minarett, wo alle die ganzen Bürger dagegen sind. Was willst du mit dem Minarett? Das ist etwas, womit man die Bürger unnötigerweise aufregt. Lass das Minarett. Die Moschee vom Propheten war aus Lehm. Die Moschee vom Propheten wenn er gebetet hat und es hat geregnet, war der Schlamm bei ihm auf der Stirn. Darum geht es und das ist Geldverschwendung. Wallahi achi wallahi achi das ist Geldverschwendung. Diese Sache also ich meine mit dem Minarett ist Geldverschwendung und unnötigerweise was wir brauchen sind Bildungseinrichtungen. Wir freuen uns heute wie viele Muslime sitzen hier wie viele jugendliche Muslime sind heute irgendwo mit ihrer Freunde oder mit ihrem Freund oder Drogen annehmen oder Verbrechen anbegehen woran liegt das weil die nicht wissen was Islam ist wo sind die islamischen Betrüger was heißt islamisch muslimisch sage ich lieber die die Religion nicht verstanden haben wisst ihr was denen ihr Problem ist die wissen gar nicht worum es geht das ist das Problem was wäre wenn sie diese verse verstanden hätten we den maßkürzenden würde der autohändler nicht dass jemand denkt jeder musste mich autohändler dreht den den kilometerstand zurück ja du bist autohändler du machst es nicht hamdallah wey du mutter für ihn alle wiener alle wiener die wenn sie sich den menschen zu messen lassen ja dann wollen sie sich volles gas und dann lassen sie sich volles maß geben ja ja und wenn die das selber machen ja wenn sie zu messen oder wegen dann wollen sie den zu verlust zufügen was sagt allah dann denken diejenigen nicht dass sie auferweckt werden zu was zu einem gewaltigen tag am tag wo die menschen vor dem herrn der welt stehen was ist wenn du diese sache verstanden hast das nur dazu das zur bedeutung des koran deswegen der koran muss von uns wieder praktiziert werden was hier drin steht lest dies durch die drohung vor der hölle die belohnung des paradieses und das wird dein leben verändern der koran muss dein licht sein im leben muss unser licht sein im leben alhamdulillah das nur dazu dann was man noch erwähnen wollte was eine einzigartigkeit ist vielleicht und vielleicht für einige leute schwer verständlich ist dass es Dinge gibt im koran die nasig sind das heißt abrogierend und andere mansug das heißt es gibt zum beispiel dinge im islam die am anfang geboten waren und dann am ende kommt ein anderes gebot dafür welche weisheit steckt dahinter beispielsweise ist zwar kein vers im koran aber aus der sunnas propheten haben die muslim am anfang richtung jerusalem gebetet das gebet war richtung jerusalem dann ändert allah dies in der im koran und sie beten richtung mekkah und dann erklärt er auch warum dass dies eine probe ist für die leute ob sie auch wirklich bereit sind dir zu folgen das heißt das ist eine weisheit die andere weisheit ist wie gesagt stufenweise heranführung an die gesetze beispielsweise alkohol allah hat es damals aus seiner gnade heraus gewollt ja dass der all hat es damals gewollt für diese leute für diese menschen dass der alkohol stufenweise verboten wird als erstes wurde nur gesagt alkohol nutzen und schaden aber der schaden ist größer dann später wurde es verboten beim gebet dann am ende wurde es ganz verboten wurde gesagt der Unreinheit ganz verboten jetzt guck dir an wie der koran die menschen verändert hat was es für eine revolution bewirkt hat die sunna des propheten der koran im letzten jahrhundert in den USA wurde vier jahre versucht alkohol zu verbieten vier jahre wurde es versucht vier jahre in diesen jahren gab es zu so vielen morden und zu so vielen unfällen weil Leute dann schwarz ihren alkohol gebrannt haben und nach den vier jahren haben sie aufgegeben schau dir an wie der prophet die menschen beeinflusst hat diese menschen waren alkoholiker gewesen waren richtig am saufen und es kommt der vers vom koran und leute haben die flasche am mund und so weiter was ist passiert die haben die flaschen weggeschmissen haben aus dem mund ausgespuckt die alkoholiker guck mal wie der koran die menschen beeinflusst hat warum weil der koran hat dir erstmal klar gemacht worum es geht paradies oder hölle denn manchmal hörst du von christen hörst du die einwände wird gesagt oder sagen wir mal christliche missionare nicht dass jemand falsch versteht und bei missionaren meine ich auch wieder die leute die nicht so ganz fair arbeiten es gibt ja auch leute die anders sind nicht dass jemand falsch versteht da wird dann oft gesagt ja warte mal hat Allah gesehen dass etwas besser ist und hat es dann verändert wusste er nicht nein wir sagen Allah hat schon immer gewusst aber wie gesagt um die menschen auf die probe zu stellen stufenweise heranzuführen und noch andere gründe in seiner weisheit aber Allah wusste von vornherein dass das Gesetz am Ende so sein wird ja jetzt der nächste punkt ist es gibt im koran verse die arm und khas sind arm heißt allgemein und khas heißt speziell zum Beispiel du hast eine spezielle aussage und du hast eine allgemeine aussage für eine bestimmte sache dann ist natürlich die spezielle aussage stärker als die allgemeine aussage ich gebe ein Beispiel aus surah 2 vers 183 bis 185 da wird das fasten beschrieben Allah sagt dort dass das fasten also euch vorgeschrieben ist ihr dir glaubt so wie es denen vor euch vorgeschrieben war auf das ihr gottesfürchtig sein werdet vielleicht werdet ihr gottesfürchtig sein dann vorgeschrieben ist an bestimmten Tagen wer von euch jedoch krank ist oder sich auf einer reise befinde der soll eine gleiche anzahl von anderen tagen fasten das heißt das eine war der allgemeine aussatz alle gläubigen müssen fasten jetzt kommt danach die spezifizierung krass aber wer auf der reise ist oder der soll eine andere anzahl von tagen fasten ist das verstanden worden so jetzt beispielsweise geht es weiter und die die zu leisten vermögen das heißt die die zum beispiel eine ständige krankheit haben ist auferlegt wenn ich zum beispiel jetzt eine krankheit habe von der ich wieder genese zum beispiel muss penicillin nehmen dann lasse ich die fastentage aus muss aber danach nachfasten wenn aber jetzt zum beispiel jemand eine schwere diabetes hat und der muss insulin zu bestimmten zeiten nehmen und der braucht das unbedingt und der hat eine bestimmte nahrung die er zunehmen muss oder jemand hat eine bestimmte medizin die zunehmen muss oral beispielsweise und diese krankheit ist eine ständige krankheit eine chronisch krankheit von der er sich nicht erholt dann muss er für jeden tag muss er einen armen speisen für jeden tag ja weil es gibt leider heutzutage einige leute die sich hoja oder imam nennen dann sagt dann der bruder kommt an ja ich muss boxen jetzt in den ferien und wenn ich boxe dann muss ich mich gut vorbereiten gut trainieren und obwohl boxen sowieso haram ist zumindest der wettkampf wo man jemand ins gesicht schlägt und dann sagt er ja kein problem gibst du spende in deinem land in dein heimatland ist kein problem es geht nicht weil dieser mensch kann nachfasten und ist sowieso für ihn verboten das fasten zu brechen er hat bei jedem mal eine große sünde begangen das beispielsweise mit am und chas so jetzt warum das alles wie gesagt das eine kurze Einführung in diese rundlagen des Tafsiyah warum erklären wir das alles um auch eine Sache ganz deutlich zu machen ich habe eben schon gesagt bei vielen christen ist es so man hat einen vers es gibt für jede sache eine andere jeder hat eine andere erklärung ja und wir wollen damit auch zeigen dass nicht nur der text des koran bewahrt worden ist sondern dass auch die bedeutung bewahrt worden ist wie gesagt aus einem text kann man eventuell viel machen was ich gleich noch verdeutlichen will dann natürlich warum diese ganze herangehensweise ich habe gesagt dass die der kern der religion ist ganz deutlich aber einzelne teile braucht man ein tafsir für muss man genau nachfragen muss man sich mühe geben was ist mit dieser mühe verbunden Allah sagt im koran macht dann Allah befiehlt dem koran mit dem koran richtig zu betrachten was wozu führt das diese bemühen diese bemühen führt auch dazu dass du mehr lohn bekommen kannst dass du dich anstrengst eine richtige interpretation zu machen dann etwas ganz wichtiges was wirklich ganz ganz wichtig ist dass wir durch diese herangehensweise an den koran erkennen können welche gruppen auf dem falschen weg sind glaub mir wenn du das guckst du schaust dir zum beispiel an wie erklärt der jenige den koran was sind seine grundlagen versucht der koran mit koran zu erklären versuch der koran mit sunnah zu erklären geht dir auf die gründe der herabsendung zurück ja dann wirst du sehen wer auf dem richtigen wie auf dem falschen weg ist ich gebe dir ein beispiel heutzutage gibt es einige gruppen die sagen kein problem du bist bei mir in meiner gruppe ich bin der guru wenn du stirbst ich öffne für dich die tür des paradies du bist ja in meiner gruppe und dann fangen sie an diesen vers surah 9 vers 113 wo allah sogar sagt dass der onkel des propheten in der hölle ist die fangen an den um zu biegen der prophet sagt in einem hadith sein vater ist in der hölle in ne ist anders der wurde nachher wieder zum leben auf erweckt da hat er gemacht dann ist er gestorben subhanallah das erzählen die warum weil ansonsten sagst ja hör mal wenn der prophet noch nicht mal für seinen vater was bewirken kann was wünschst du dann für mich bewirken wenn ich schlecht gewesen bin dann zum beispiel haben wir zum beispiel ahmedia eine gruppe die sich dem islam zuschreibt die sagen zum beispiel der prophet ist nicht der letzte prophet muhammed ist nicht der vater eurer männer sondern der gesandte allahs und das siegel der propheten was heißt siegel der propheten jetzt kommen wir zur sprache kann verschiedene bedeutung haben kann auch ringe bedeuten jetzt kommen die ahmedia sagen ja warte das bedeutet ring und das bedeutet er ist der ring der verziert einen und das heißt der prophet verziert sozusagen das prophetentum aber was haben wir gesagt müssen wir zuerst gucken wir müssen zuerst gucken koran mit koran koran mit koran was sagt allah im koran 5 vers 3 heute habe ich eure religion vervollständigt das heißt religion ist vollständig kannst ich sagen danach kommt noch ein prophet neu offenbar und dies das nächste punkt wir gehen zur sunna der prophet sagt in vielen radisen ich bin der letzte prophet jetzt kommen wir zu asberbe und usul und zu dem verständnis des sahabers wenn jemand gesagt hat dass er dass er beispielsweise glaubt wir haben gesagt das verständnis des sahabers der leute und propheten weil logischerweise sie haben mit dem propheten gelebt sie haben gesehen wie hat er etwas interpretiert sie haben ein tiefgründigeres verständnis sie haben sofort wenn jemand gesagt hat er wäre prophet sie haben sofort ohne zu fragen bist du ein gesetzgebender prophet oder kein gesetzgebender prophet weil die ahmedia sagen das heißt gesetzgebender prophet wo steht hier gesetzgebender prophet hier steht siegel der propheten hier steht nicht letzter gesetzgebender prophet hier steht letzter prophet es kommt keiner mehr danach jetzt was haben die sahabah gemacht wenn einer gesagt hat er ist ein prophet sie haben sofort zum ungläubigen erklärt zum kafir und was sagt allah im koran wie wir den sahabah folgen müssen er sagt in 4 vers 114 sagt er wer wer einen anderen weg sucht als wer sich dem gesandt entgegensetzt nachdem ihm die botschaft klar geworden ist und einem anderen weg folgt als dem weg der gläubigen dem werden wir dem zu wenn er sich zugewendet hat und werden ihn in der hölle schmoren lassen dann beispielsweise Shia schauen wir mal was die für Interpretation haben ich lese euch jetzt mal einen Vers vor und dann sage ich euch mal was einige lehrte von Schiiten dazu gesagt haben surah 2 vers 67 und als Musa zu seinem volk sagte Allah befiehlt euch dass ihr eine kuh schlachten sollt ich wiederhole und als Musa zu seinem volk sagte Allah befiehlt euch dass ihr eine kuh schlachten sollt sie sagen machst du dich über uns lustig er sagt ich nehme zu vor dass ich zu den toren gehöre dann fragen sie danach wie soll die kuh sein welche farbe wie soll sie beschaffen sein was sagt die Schia zu diesem vers mit der kuh die geschlachtet werden soll ist Aisha gemeint hat überhaupt kein Hand und Fuß Koran mit Koran der Kontext total verkehrt von daher können wir so schnell raus finden wer die richtige Methode praktiziert andere Leute findest du das ist derjenige der den Koran erklären kann du schaust dir das an was er schreibt er erwähnt einen Vers danach dieser Vers hat dies und das und kommt mit allen möglichen Gleichnissen aber er kommt mit keinem einzigen Hadith und kein einziges Mal mit warum wurde der Vers herabgesandt und das ganze Buch besteht nur aus irgendwelchen schönen Worten und Gedichten und Gleichnissen ist das ein richtiger Tafsir deswegen wenn du das verstanden hast dann kommst du schnell davon weg einem falschen Weg zu folgen ich hoffe dass das einigen Leuten helfen wird jetzt komme ich auf ein Thema zurück was ich eben gesagt habe was heutzutage viele beschäftigt wir hören einige Leute sagen Kopftuch im Islam bzw. Hijab die islamische Kleiderordnung ist keine Pflicht im Islam muss man nicht als allererstes jetzt gehen wir zurück zu den Quellen wir haben Koranverse Surah 24 Vers 31 und sie sollen ihren Schmuck nicht offen zeigen außer was notwendigerweise davon zu sehen ist und sollen ihren Chima über sich ziehen über ihre Kleiderausschnitte ziehen ja zweiter Vers ich glaube Surah 33 Vers 54 müsste das sein ja und wenn ihr sie nach einer Sache fragt dann fragt sie hinter einem Hijab Vorhang und so weiter jetzt kommt der dritte Vers Surah 33 Vers 59 ja eyywen nabi kulli es wajika wa banatika wa nisa il mu'minin yu'nina alayhin min jalla bibihin waelika na'ayyurafna falayyutay und prophet sagt deinen Tochtern und deinen Frauen und den Frauen der Gläubigen sie sollen sich ihren Jilbab tief über sich ziehen das gewährleistet er dass sie als ehrbare Frauen erkannt werden und nicht belästigt werden jetzt wenn wir jetzt jemanden fragen der leugnet und der sich als islam wissenschaftler ausgibt der leugnet dass kopftuch pflicht ist im islam weil es ist eine religiöse pflicht er sagt das was die jüdigen sagen chima hijab jilbab dass das ein befehl ist für die verschleierung der frau beziehungsweise für den hijab das hijab tragen der frau die islam steuer das ist richtig das kann das kann so heißen aber sprachlich kann es auch anders bedeuten wir können es sprachlich also sie sagen nicht dass das was die muslime sagen unmöglich ist sondern sie sagen das kann so bedeuten aber wir können auch eine andere interpretation daraus machen das heißt mit anderen worten wir können das auch sprachlich 65 mal verbiegen bis die Frau dann danach im Bikini über die Straße läuft ok kein problem was haben wir gesagt jetzt wenden wir die ganze Sache an schauen wir uns den Kontext an Koran mit Koran welchen Sinn ergibt die ganze Sache Allah sagt zum Beispiel in Surah 24 Vers 31 am Anfang sie sollen ihre Keuchheit wahren und ihre Blicke senken also also deutet schon darauf hin dass damit gemeint ist dass also diese Verführung durch den Blick weg gehen soll durch dieses Bekleiden der Frau jetzt gehen wir zur Suna des Propheten über wir haben gesagt die Suna des Propheten ist das was er sagt das was er macht und das was für ihn das was für ihn das was er bestätigt das heißt er sieht paar Leute etwas machen und er sagt nicht dazu was ist passiert als dieser Vers herab gesandt worden ist 24 Vers 31 erklärung des Korans in Sahih Al-Bukhari sagt Aisha möge sich Allah den Frauen erbarmen denn als der Vers herab kam und sie sollen ihren Schmuck nicht offen zeigen außer was notwendiger weise zu sehen ist und sollen sich ihren Chima über eigene Kleiderausschnitte ziehen haben sie sich vom Stoff abgeschnitten von Kleiderstücken und haben damit Ichtamara gemacht sich bedeckt oben und sogar Gesicht in diesem Vers so der Prophet Sahasem hat das gesehen Aisha hat das gesehen die Frauen des Propheten hatten sowieso das Gesicht zu wie verstehen wir den Vers jetzt und jetzt sagt jemand nicht muss soll kann man so und so verstehen im Islam gibt es eine Regel wenn ein Befehl kommt von Allah oder den Gesandten dann ist dieser Befehl als Pflicht anzusehen bis du einen Beweis findest dass es nicht als Pflicht gemeint ist was 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 Beweis der Beweis ist ganz einfach logisch zum Beispiel du arbeitest in einer Firma und du sagst zu deinem Kollegen hey gib heute mal Gas hier was ist damit gemeint damit ist gemeint Ermunterung mach mal aber wenn du als Sekretärin arbeitest du hast einen Chef das heißt jemand der über dir steht eben dein Kollege steht auf selber Ebene mit dir jetzt hast du einen Chef der steht über dir Allah steht über dir der Prophet steht über dir und er sagt zu dir Sekretärin schreiben sie das ist das Pflicht gemeint oder mach wenn du willst ganz logisch und das sind die Regeln das ist wie die Sahaba die Religion verstanden haben und der Prophet sagt wer einem anderen Weg folgt als den der Gläubigen womit die Sahaba gemeint sind Haus Allah hat diesen Vers herab gesandt dann sagt er dies ist reiner für eure Herzen und ihre Herzen das heißt reiner für die Frauen des Propheten reiner für die Herzen die kommen damit dieser Blickkontakt unterbrochen ist nächste Vers Jilbeb was sagt wir haben gesagt die Sahaba die haben das beste Verständnis von der Sprache weil diese Leute sagen wir können das sprachlich anders interpretieren aber wir sagen wir haben gesagt wir müssen so interpretieren wie es damals sprachlich zu verstehen war denn es geht um eine regel es geht um einen befehl was sagt was sagt abu beid al-jarah ist einer der größten gefährden des Propheten er sagt mit Jilbeb ist das gemeint dass von oben etwas runter hängt dass man nur noch die Augen sehen kann das ist das so jetzt der sagt und es ist keine meinungsverschiedenheit ob das ob es das gibt weil das wenn jemand erzählt das gibt es gar nicht im islam doch das gibt es nicht ist und jeder der logisch denkt der wird sich sagen ja warte mal wenn ich meine Schultern bedecken muss was ist schöner bei der Frau die Schultern oder das Gesicht das Gesicht logischerweise oder das schönste mit das schönste überhaupt oder nicht stimmt so habe ich recht danke auf jeden Fall jetzt komm damit wir die Frauen beruhigen sonst habe ich die deprimiert nachher jetzt sagt der Prophet bei der Hatsch gibt es bestimmte Kleiderordnungen für die Männer und für die Frauen für die Männer du darfst keine Kopfbedeckung tragen du darfst keine Sachen tragen die zusammengenäht sind wo die Ärmel genäht sind und so weiter du hast praktisch nur ein Rida an und ein Isa Isa was unten ist und ein Rida oben rum heutzutage diese zwei Handtücher jetzt was ist bei der Frau da sagt der Prophet die Frau darf im Irram so nennt sich dieser Pilgerzustand darf sie keine Handschuhe und keinen Niqab tragen Niqab ist was das Gesicht verdeckt was bedeutet das was bedeutet erstens dass es damals Frauen gab die das getragen haben und dass der Prophet nicht gesagt hat das verkehrt und was bedeutet das noch dass der Prophet das erlaubt hat an dieser Stelle sagen sagen einige lehrten dass das zeigt dass dieses Gesicht zu sein nur erwünscht ist motiviert ist aber keine Pflicht ist weil ansonsten hätte er es nicht an dieser Stelle erlauben können und die vier im islam die sind da uneinig in dieser frage je alle sagen es ist erwünscht aber nur zwei sagen es ist Pflicht imam ahmed ibn hanbal sagt es ist Pflicht beim madhab von imam schärfer ist es Pflicht allerdings der madhab das heißt die rechtsschule ist nicht immer etwas was von einem gelehrten abhängig ist denn imam schärfer sagt selber in keterbel um dass es nicht Pflicht ist aber der madhab selber der nach auch von imam nawawi und so dann ausgeprägt wurde sagt Pflicht bei imam malik ist es nicht Pflicht und im hanafi madhab auch nicht warum weil sie unterscheiden sich an dieser stelle die einen sagen ok dass die gesicht und hände zeigen dürfen zeigt dass dies keine religiöse Pflicht ist ja zeigt dass dies keine religiöse Pflicht ist die anderen sagen dies ist nur eine ausnahme an dieser stelle hamdallah aber je nachdem nach welcher meinung du gehst allah wird dir inshallah deine mühen belohnen das nur dazu für die die sagen das ist keine Pflicht und wir haben hunderte hadith hunderte hadith weil heutzutage hörst du beispielsweise auch oft ja davon steht gar nichts im koran als allererstes diese aussage zeigt schon dass jemand absolut keine ahnung vom islam hat denn wenn du sagst etwas gibt es nicht im islam dann etwas ist keine Pflicht im islam dann musst du sagen davon steht nichts im koran und nicht in der sunnah wie gesagt das war nur ein kurzes beispiel und wir sollten immer diesen weg durch gehen uns mit dem koran beschäftigen aber auch nicht ohne wissen darüber reden das heißt jemand der wirklich gottesfürchtig ist der sollte immer wenn er über den koran redet trotzdem noch mal zu einem tafsir zurück gehen gucken was haben die gelehrten gesagt was hat der prophet gesagt aber natürlich sollte man trotzdem den koran lesen denn wie gesagt die grundsätzlichen dinge sind ganz deutlich zu verstehen ich sage diese worte alles was richtig war war von Allah und alles was falsch